Hey, Rambo! Gibt es einen, der cooler als hast du? Ja. Da draußen gibt es einen Mann. Er nennt sich Sex Max One. Er ist so cool. Er ist cooler als ich. Jeder Mann ist hässlich gegen Sex Max One. Verstehen Sie mich? Verstehen Sie mich, was ich meine? Verstehen Sie das überhaupt? Nee, wir können keinen Sex Max One. Ha! Wir können keinen Sex Max One. Bitte, Leute, das doch bitte. Bei all den Sex Max One leiten. Er ist der beste YouTuber. Ich muss meine Menze so den liken tun. Das ist so traurig. Bitte, Leute. Bitte rettet sie uns doch. Ich möchte nicht immer Iron Man sein. Nein, ich möchte wie Sex Max One sein. Drücken Sie doch mal Auge zu, Mann. Ich habe nur eins. Dann sehe ich nichts mehr. Hallo, Sie haben gerade die Sex Max One CD gekauft, oder? Stimmt das? Ja, sicher. Ich habe die Sex Max One CD gekauft. Viermal habe ich sie gekauft. Die ist so gut. Die ist so wahnsinn. Jetzt ist es ein Traum. Sex Max One ist der beste von der Welt. Meine Damen und Herren, Sie werden es nicht glauben. Es ist ein Wunder. Man kann jetzt einen Sex Max One Körper haben. Jeder kann ihn haben. Sie, so wie ich. Schauen Sie sich das an. Ein Sex Max One Körper. Ein Körper wie Sex Max. Und auch Sie können das haben. Rufen Sie sofort an. Jetzt. Und das ist das von der Sex Max One. Sex Max One ist der beste YouTuber. Er hat gesagt, ich soll sagen, dann kriege ich so viele Gold, wie ich will. Sex Max One ist der beste YouTuber von der Welt. Ja. Ich liebe das Sex Max One. Mit der Steinabon und Blonde ist der Star. In der Blonde war. Sex Max und Blonde war. Oh, Gott.